Ich freue mich schnell unterwegs, ich bin mit Weißbordel. Jetzt wird ein Hightech-Spiel haben, aber ich weiß, es ist gut zufrieden. Jetzt haben wir die Gruppe anstellen. So, da war ich den Zugang. Hier sieht man das Modell-Rosier. Wenn wir das Modell-Rosier sehen, dann schauen wir mal. Warten wir mal, warten wir mal. So, dann wieder die Hightech-Spiel. Und das ist gut. Das war's für heute. Ich kann den mal weiter holen, das ist ein bisschen kommend, mega schnell, da ist ein restauranter, und beschleunigt ihr Vollgas und es ist wohl ganz ruhig, wo die Höhe vor der Sicht geworden ist, dann können wir die Flügel und Flug machen, wenn wir es mal sehen, wir fahren über Peiler, auf einmal, und werden wir jetzt reichen. Genau, schön. Jetzt wird der Rollenzeit angefangen, relativ langsam rollen, jetzt wird der 4 Rollen pro Halbkreis, ja, wohl, circa die, dann macht der Kreis hinter, und du prüferst den Kreis, und jetzt mal die Restierte, in der letzten Rollen, ja, wohl, die nächste Uhr haben, und da kann man nicht mehr sehen. bootstrahl Wir haben ein Kombination zwischen 2 und 4 verschiedene Fremden, wir haben den Rollenzeit, wir haben den Rollenzeit vom AGS Binten, jetzt und jetzt, wir sind das jetzt der Rollenzeit vom AGS Binten, und so mit dem Zocken, beim AGS Binten und der Rollenzeit vom AGS Binten, es ist wahnsinnig, jemand kann nicht drohen schwärzen, weil der da alles kriegt, das ist ein Urquat. Er ist noch mal aufgeflogen, wir hätten den Möckerstimmlichsturm vor der Röne, macht man das Pinuit, kommt jetzt den Zollerngegenen. Hochangstellt wie ein Drachen wird uns vor der Gleit. Schön. Danke. Danke.